Moin Moin Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich gerade auf Port Olisar. Wir spielen Star Citizen in der Version 3.12. Dies ist die dritte Folge der Serie Die Bounty Hunter Karriere. Heute geht es um das Thema der kaputten Reputation. Wie ihr in den ersten beiden Folgen gesehen habt, habe ich für die Bounty Hunter Gilde Aufträge erledigt, beziehungsweise Aufträge eingeschaltet. Das zeige ich euch jetzt mal. So, den Contract Manager eben aufmachen. So, hier haben wir. Und hier sollten eigentlich mehr von diesen Aufträgen zu sehen sein, weil wir hatten uns die leichten, einfachen, mittleren schon freigespielt. Und wie ihr sehen könnt, ist der hier von Crusader Security, dieser andere auch von Crusader Security. Und egal wo ich hingeflogen bin, andere wurden mir nicht angezeigt. Also, es wurden nur diese hier angezeigt, von der Bounty Hunter Gilde, aber keine von Hurston oder sonst wie. Ich zeige euch mal ein kleines Dokument, was ich gemacht habe. Also, wie gesagt, in Hurston, Crusader und die Northrock und PvT Bounties hatte ich nicht unter Bounties angezeigt bekommen. Wie ihr das Ganze fixen könnt, wenn ihr dasselbe Problem habt, ist relativ einfach. Dafür müsst ihr einen Bekannten haben, der einen Zweitaccount hat, den er so nicht spielt, sondern den einfachen erstmal nur besitzt. Diese Person kann euch dann diese Aufträge, die ihr hier unten seht, freischalten. Ich habe bis jetzt nur jemanden gefunden, der mir den Auftrag scheren konnte. Verified Freelancer Bounty Assessment. Und dadurch, dass ich diesen noch einmal alleine spielen konnte, also er hat mir den Auftrag geschert, dann ist er aus der Gruppe rausgegangen, hat bei sich selbst auch gleichzeitig den Auftrag beendet. Und dadurch, dass ich ihn dann gespielt habe, habe ich jetzt wieder die Bounty Aufträge über Crusader. Dasselbe muss ich noch für Hurston, Northrock und die PvP Bounties machen. Ja, ich hoffe, dass euch das, wenn ihr dasselbe Problem habt, ein bisschen weiter geholfen hat. Und dass ihr dann, so wie ich, langsam aber sicher die komplette Reputation wieder zu spielen, zur Verfügung habt. Ich wünsche euch noch viel Spaß im Spiel. Und sage dann mal, bis zur nächsten Folge. Tschüss, Leute!